Hi wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware Checkern. Wir schauen uns heute wieder ein echtes kühler Schwergewicht an nämlich den Noctua D15S. Den normalen D15 habe ich mir ja bereits angesehen was an der S Variante anders ist und ob die vielleicht sogar besser für euren heimischen PC ist. Das klären wir heute im Test. Ja der Noctua D15S den gibt es bei uns in Deutschland für knappe 80 Euro. Den normalen D15 ohne den Zusatz S der kostet 85 Euro. Das heißt ihr spart hier quasi 5 Euro wenn ihr euch den Kühlkörper kauft. Allerdings habt ihr hier auch nur einen Lüfter dabei. Ob sich dann im Endeffekt dieser Kühler lohnt oder ob ihr vielleicht nicht lieber den normalen D15 nehmt und dann natürlich einen Lüfter weglasst. Das schauen wir uns im Fazit dann später noch an. Aber zunächst einmal wieder zum sehr umfangreichen Zubehörpaket. Das möchte ich kurz mal hier zeigen. Sehr umfangreiche Anleitung mal wieder. Drei verschiedene natürlich Intel, AMD und nochmal Intel. Sehr schön bebildert und beschriftet. Dann extra Zubehörpaket hier. Lüfter, Sticker, Low Noise Adapter und Wärmeleitpaste. Dann zwei extra Sets für Intel und für AMD. Und natürlich last but not least noch den typischen Noctua Schraubenzieher. So ein umfangreiches Zubehörpaket bei CPU Kühlern. Das gibt es nur bei Noctua. Also dafür mal wieder schon mal einen fetten Daumen nach oben, was das Zubehör anbelangt. Und ich würde sagen, werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Kühlkörper. Ja, werfen wir einen genaueren Blick auf den D15s. Auf den ersten Blick keine großen Veränderungen zum normalen D15. Abgesehen davon, dass hier nur ein Lüfter zum Einsatz kommt. Die Änderungen verbergen sich hier nämlich im Detail. 16,5 cm hoch ist er und er wiegt auch knapp ein Kilogramm. Das ist identisch mit dem normalen D15. Was jetzt jedoch neu ist, das ist die Kompatibilität zum Beispiel zum PCX Presslot als auch zum Arbeitsspeicher. Dadurch, dass hier nur ein Lüfter zum Einsatz kommt, wenn man den Kühler mal dreht, sieht man hier die RAM-Aussparungen links und rechts. Je nachdem, warum man den Kühler montiert, ist das eben dann die eine oder die andere Seite beim RAM. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, RAM-Kühler mit einer Höhe von bis zu 65 mm zu installieren. Also, da sollten die meisten Arbeitsspeicherriegel ohne Probleme drunter passen. Weiterhin wurde natürlich verbessert ein asymmetrisches Design, dass der Kühler nicht zum Beispiel am obersten PCX Presslot anschlägt, was ja je nach Mainboard durchaus mal vorkommen kann bei so einem Schwergewicht hier. Wenn man sich den dann mal unten ansieht, wird man feststellen, ja, der hat ja ein asymmetrisches Design. Das heißt, hier ist auch dafür gesorgt, dass ihr auch im oberen PCX Presslot Grafikkarten nutzen könnt. Ansonsten natürlich auf der Abschlussdeckelplatte nach oben, da ist jeweils die Noctur-Eule mit dem Noctur-Schriftzug. Das kommt natürlich schön zur Geltung, wenn man den Kühler dann in ein PC-Gehäuse einbaut. Auf der Unterseite, ihr habt es sicher auch schon gesehen, eine massive Bodenplatte aus Kupfer und 6, 6 mm Kupfer-Heatpipes. Sorgen für eine schnelle Wärmeabfuhr. Also, die grobentechnischen Daten sind identisch, wie angesprochen, zum normalen D15. Aber hier hat es eben einige Veränderungen, was die Kompatibilität mit euren Hardware-Komponenten zu Hause angeht. Interessant ist es natürlich auch noch, ja, ich habe jetzt hier einen Lüfter, viele von euch werden sicher auch mal, wenn sie ein bisschen übertakten möchten oder sowas, gerne einen zweiten Lüfter hinzunehmen. Ist das jetzt hier machbar? Ja, das ist natürlich machbar. Noctur legt hier ein paar weitere Lüfter-Klammern hinzu. Das heißt, insgesamt gibt es im Lieferumfang vier Lüfter-Klammern. Das heißt, ihr könnt hier auch locker noch einen zweiten Lüfter dran machen. Den müsst ihr euch allerdings natürlich separat besorgen. Bei den Temperaturmessungen, da kam das dann so raus. Ich habe mir hier natürlich neben dem D15S noch andere High-End-Kühler geschnappt, unter anderem den normalen D15. Und um das Ganze noch ein bisschen mal als Vergleich zu setzen, gibt es ganz oben in lila noch den Brocken 2. Das ist ein guter Mittelklasse-Kühler. Und da kann man sich einfach mal ansehen, wo sich denn dann die High-End-Kühler eigentlich von der Mittelklasse abheben. Besonders bei einer CPU mit 220 Watt TDP. Beim D15S muss ich einfach sagen, hat mich beeindruckt, hat nur einen Lüfter drauf und bietet dennoch eine sehr gute Kühlleistung. Bei der Lautstärke natürlich, dann ist der D15S hier in Führung fast, sage ich einfach mal. Er hat natürlich auch nur einen Lüfter. Interessant ist natürlich auch noch, wie schaut das Ganze denn bei 50% PWM aus. Ich habe mir das mal zu Herzen genommen, was hier viele wollten, nämlich auch eine Lautstärke-Messung bei etwas geringerer Drehzahl, sage ich einfach mal. Wird in Zukunft natürlich auch noch aufgebessert und erweitert. Allerdings, so sieht das Ganze jetzt mal aus und auch wieder im Vergleich oben noch der Brocken 2. Ja, abschließend lässt sich sagen, Noctua präsentiert mit dem D15S eine hervorragende Abwandlung ihres normalen D15. Er lässt sich sehr gut montieren, er ist sehr leise, er kühlt auch sehr gut, obwohl er nur einen Lüfter hat. Das hat mich persönlich selbst ein bisschen überrascht. Und natürlich, er ist hochwertig verarbeitet, da gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Der einzige kleine Kritikpunkt, der noch bleibt, der Kühler hier kostet nur 5 Euro weniger als der normale D15. Der verfügt jedoch über zwei Lüfter, der hier hat nur einen Lüfter. Wenn ihr jetzt natürlich auf die tolle Idee kommt, ich möchte mir den D15S kaufen und will aber noch einen zweiten Lüfter dazu, der natürlich identisch mit dem hier ist, der hier verbaut ist, der NFA 15 PWM. Der kostet knapp 20 Euro, das heißt, der Kühler hier plus 20 Euro sind 100 Euro. Der normale D15 kostet nur 85 Euro. Da muss man dann für sich selbst entscheiden, möchte ich die höhere Kompatibilität oder kaufe ich mir einfach den normalen D15, habe einen zweiten Lüfter als Reserve zu Hause und spare mir das dann. Das müsst ihr selbst entscheiden. Von mir auf jeden Fall, schaut euch den D15S an, wenn es was Großes, aber dennoch Kompatibles sein soll für euer System zu Hause und ihr habt rohen RAM. Das wäre es soweit von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch alles gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Fragen, Anregungen und Kritik wie immer in die Kommentare. Ich bin der Jan, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Jan, vielen Dank.